Ich... ich will sofort mein Geld. Ich bin Kundin hier. Sie sind dazu verpflichtet. Ach, verpflichtet sind wir. So was würden wir besonders gern. Dann machen wir es ganz einfach. Wir lösen Ihr gesamtes Girokonto auf. Zack! Und auch Ihr Sparbuch. Ich mein, Sparbuch, da ist doch mein ganzes Geld drauf. Jetzt nicht mehr. Und wo ist das jetzt? Weg. Finanzkrise. Oh. Ich weiß schon. Vielen Dank.